Wie du es schaffst, als Unternehmer deinen beruflichen mit einem körperlichen Erfolg zu verbinden, erfährst du in diesem Video. Gleich einmal vorab, dieses Video ist hauptsächlich nur für Unternehmer oder Selbstständige. Warum? Weil die meisten Unternehmer und Selbstständige, die wir auch im Coaching betreuen, immer das gleiche Problem haben. So ab 25, 30 Jahren gründen sie die erste Firma und dann sind sie getriggert, dass sie einfach nur mehr Umsatz erhöhen, Mitarbeiter anstellen, einfach größer, höher, schneller, weiter, besser werden möchten. Und sie vernachlässigen dabei, was sich selbst. Die Firma wächst, Mitarbeiter werden eingestellt, es ist alles super, die Freude ist groß, aber man wird immer selbst antriebsloser, man hat immer weniger Energie. Und da liegt das Problem. Wenn du dich selbst vernachlässigst, dein Körper vernachlässigst, hast du einfach weniger Energie, um in deinem Geschäft erfolgreich zu sein. Deswegen ist es so essentiell, deinen Körper und auch den Mindset zu fordern, zu formen, damit du auch in der Firma profitabel bist und auch langfristig erfolgreich bist. Du kennst vielleicht, was ist, wenn du mal krank bist oder mal was passiert, ein Unfall. Und wenn du dann wegbrichst, ist oft dann die Firma auch, steht dann auch schlecht da. Du bist das größte Kapital in der Firma. Und das muss dir bewusst sein. Und deswegen ist es wichtig, und das ist jetzt ein Geheimtrick, was wir im Coaching auch immer oft machen mit unseren Kunden, den verrate ich dir jetzt. Der Geheimtrick ist ganz einfach. Verknüpfst deinen beruflichen Erfolg, also deine Umsatzziele, dein Geschäft, dein Business, was du hast, mit deinen körperlichen Zielen. Wenn du das miteinander verknüpfst, bist, dass du dich selbst als Projekt siehst. Sagen wir jetzt mit einem Vornamen Projekt 2.0. Und wenn du da Gas gibst und siehst, mein körperlicher Erfolg, wenn es mir gut geht, geht es auch der Firma gut. Wenn du diese Verbindung schaffst und immer stärker wirst, dann wirst du langfristig dein körperliches Ergebnis haben und gleichzeitig, so wie viele andere Kunden bei uns auch, deinen Umsatz steigern können. So, und wie schaffst du das jetzt, den Anfang zu machen? Weil der Anfang ist ja bekanntlich das Schwierigste. Das Wichtigste ist, dass du dir nicht zu viel vornimmst, sprich wirklich die kleine Ziele setzt. Also du hast vielleicht ein großes Ziel, wie im Unternehmertum, du willst so und so viel Umsatz machen, aber als körperliches Ziel willst du vielleicht einen Bauch loswerden oder willst einfach einen fittenathletischen Körper und gut aussehen in der Badehose. Das ist dein Ziel. Das ist so der Hauptziel. Das ist gut, dass du das definierst. Das musst du dir auch irgendwo bildlich vorstellen können. Und das Nächste ist, was du machst, ist, dass du dieses Hauptziel in der kleinen Teilzielen runterbrichst, wie im Unternehmertum. Und dann schaffst du es, einfach gewisse Routinen neu zu formen. Bedeutet, du fangst einmal an, nicht jeden Tag Sport zu machen, sondern du fangst an, dreimal die Woche zu je 20 Minuten eine Sporteinheit zu machen. Du versuchst einmal generell den Zucker weglassen. Also du keine Zuckersäfte mehr zu trinken, vielleicht den Alkohol komplett zu reduzieren. Schaust einfach auf eine regelmäßigen, gesunden und zielorientierten Ernährung. Da ist ja auch immer wichtig, dass du den Unterschied kennst zwischen gesund und zielorientiert. Ist auch nicht das Gleiche. Aber grundsätzlich, dass du verstehst, hey, kleine Schritte anfangen und dann, wenn das funktioniert, wenn die Basis da ist, dann kann man eh die Leistung steigern. Dann kannst du auch längere Trinklosenheiten machen, kannst du noch mehr auf deine Ernährung achten und so weiter. Das ist die einfache Formel, damit du auch langfristig auch dabei Spaß hast. Weil es geht darum, dass du, wenn du eine Ernährung oder Trainingsumstellung machst oder generell mit dem Training beginnst, dass dir das ganze Spaß machst. Weil wenn du nach sechs Monaten oder nach zwei Monaten, sagen wir mal, ein Training machst und du hast keinen Bock auf das, dann wirst du automatisch aufhören damit. Deswegen ist es wichtig, dass du erkennst, welche Aktivitäten machen mir Spaß. Wo gehe ich hin? Gehe ich lieber outdoor? Gehe ich mountainbiken? Gehe ich laufen? Gehe ich ins Fitnessstudio? Und da ist es wichtig herauszufinden, was macht dir Spaß? Und wenn du jetzt wissen willst, was dir wirklich Spaß machen könnte und wie eine Strategie für dich funktionieren kann, damit es auch in den Alltag passt, damit du nicht immer ständig das ganze hinterfragst, ob das jetzt für dich funktioniert oder nicht, dann trag dich ganz einfach bei mir für ein kostenloses Erstgespräch ein. Wir werden kurz darüber sprechen, wie wir dir dabei unterstützen können. Ciao. you Untertitelung des ZDF, 2020